Gitte Wenke und Sie waren so erfolgreich, erstens weil sie alle drei hervorragende Sängerinnen sind und die sind auch richtige Entertainer. Wir haben ja so viel gemeinsam. Ja, wir haben die Kronen, also nicht diese Kronen, sondern wir haben diese Kronen. Wir haben kein Euro, wir haben Kronen. Ja, und dann haben wir Königinnen und Königinnen und die haben ja auch Kronen. Ja, also. Ja, und die Wikinger haben auch Kronen. Oh, wir haben S.A.S. Also Gitte, was hat man eigentlich in Dänemark, außer diese rote Wursten? Ja, also man hat das dänisches Lächeln, nicht wahr? Und Bier. Oh, wie konnte ich das vergessen? Ja, das vergisst man sehr schnell, wenn man zu viel davon trinkt. Was hat man so da in Schweden? Ach, Schweden, ja, wir sind ja die Größten. Wir haben unsere wunderschöne Königin, Silvia Sommerlard. Mmh, he is deutsch. Ja, ja. Wir haben Abba. Hallo, Dahlberg. Agnetha Feldskog, Annie Friede Lingsdorf. Die is norwegisch. Ja, ich weiß. Wir haben uns bald auf possibiliten uns spanieren, Wir haben uns v Vielen Dank.